aber sicher aber sicher wir sind jetzt auch jetzt noch mal so eine krasse runde moin moin leute und herzlich willkommen zu ich bin zwar nicht patrick aber ich höre mich genauso bescheuert an wie er ja nicht schön dass ihr wieder eingeschaltet hat deine stimme ist und er wird lustig ja deine stimme ist ein bisschen kretzender finde ich und ich hoffe ihr habt spaß daran zuzugucken ja aber nicht zuzuhören so lange wie du redest ich meine stimme schon die ohren das glaube ich nicht der erste hat sich schon nägel in die ohren gesteckt damit er nichts mehr hören muss schreibst du mal in die kommentare welche stimme hört ihr am liebsten wo ist der denn oben oder unten ist das ghostface also du also du da ist der killer ja 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 ich hab ich hab euch mal vision gegeben damit ihr wisst wo der killer ungefähr ist hängst du schon wieder was heißt denn schon wieder erste mal diese runde junge du hängst ja du bist immer der erste der hängt jede runde ja was soll ich jetzt ja was soll ich denn machen wenn der killer jedes mal bei mir ist der war bei mir ich war sackgasse das ist ja genau komisch dass immer die bei dir auf einmal da ist nur ein hinflug gebucht bei booking.com ja und der rückflug hier wird nicht hier wird nicht hier wird nicht ich hab hier voll pension all inclusive mit haken und in lucia also wenn es ist das ist das voll verwinkelt hier alles ich weiß gar nicht wo ich hin muss hier steht ein tschock kann mir mal irgendwer helfen keiner kommt her ich weiß nicht wie ich hier wieder runter komme ich werde gerettet jetzt bin ich unten wie bin ich dann runter gekommen ach nee hier geht es noch mal runter ich hätte jetzt schon fast zwei striche gehabt ja sorry ich komme mir nicht mehr runter ich weiß nicht wo ich hier hoch gekommen bin also ich wissen wie ich denn hier wieder ich hänge gerade an dem schleim ding und machen denn du hast mich doch schon einmal gehabt bitte komm schon kannst du für mich denken ich bin verbunden digga digga das ist nicht sein ernst er lässt mich einfach zurück jetzt zieh die palette entschuldigung ich musste ich musste das machen ich hänge gleich das zweite mal dann bin ich weg vom fenster ja das ist ja nichts neues weg die ich würde sagen ghostface und mein retter haben sich da zusammengetan und hier wird ihnen ja hier den speichern medikit dankeschön sehr gnädig du bist meine heldin wir sollten dir ein denkmal bauen der boden ist schön hier ist er immer noch unten ja gut der boden hat weiße kachelfliesen nein ich habe hier richtig schön holz was ist das denn das ist ja gut das ist praktisch genau er ist unten willst du mich eigentlich komplett verarschen ist direkt hochgelaufen gerade was soll ich machen was soll ich tun fisch dafür kriegst du nachher eine schelle einer das kannst du aber glauben dass ich mir in der schelle ich habe nicht mal irgendwo was ich verbinden will das ist mir egal das kriegen wir schon hin jetzt bin ich aber überfordert anderes ich habe den jen fast fertig ab jetzt werden wir nicht ausfallen hier weil ich extra gefragt hat der war fast fertig ist jetzt ins badezimmer und wäsche im mund mit kernseife ausfälle nichts ja nicht mehr hindern zu machen ja was hat denn da gerade geleuchtet das ist mein werk ja hängt mich keiner ab hier oder was drauf geschissen keiner mag dich keine freunde die dich abhängen wir gehen beide noch die treppe hoch einer von uns beiden kommt oben an sage ich dir ist der killer noch bei dir ist er nicht und das ist die wahrheit ich lüge ja nicht so hallo heil mich jetzt hier ich guck gerade wo der dud liegt dahinten wir müssen weg ja nein hat er den anderen nicht auf da kommt er doch hast du ihn nicht gesehen man lauf doch mal weg ich bin doch schon dabei doch mal schneller kann ich nicht ich habe gerade schwer gegessen ja unten du pfeife er kommt gerade er ist unten am gen mit irgendeinem verwundeten komm mal her wo bist du eigentlich ich bin einfach geradeaus weitergelaufen ja toll ich bin verwundet wo bist du denn hier weg die ahnung bloß nicht in keller alter bist du lang gelaufen wissen du jetzt ich bin beim killer wo ist der killer ja irgendwo hier ich sehe ja nix er ist bei mir er hat mich gesehen scheiße ich bin am arsch ich bin am arsch nimmer nimmer ab du hinkst doch gar nicht ist ja wo ist er denn nicht du bist du ich wollte hockey helfen der hängt schon zweimal oben bist du oben nein der ist doch hier irgendwo keine ahnung ich habe sound auf jeden fall ich habe mich verlaufen wie komme ich denn jetzt gehe ich wieder nach oben das war jetzt aber ich bin im killer fast in die arme gelaufen jetzt nicht mehr irgendwo eine scheißkiste das erstmal hier irgendwo hin und ich heil mich ich sehe nicht mal euch ich bin runtergefallen ich muss mich mal heilen ich bin draußen ich warte jetzt hier bis hier jetzt bin ich aber irgendwie wieder hochgelaufen ihr macht mal die vier gens fertig ich warte hier wo kommst du denn her du mieses schwein der ist so lautlos ich bin auch direkt am haken ich heile mich direkt am haken warum hänge ich mich denn nicht selbst auf der killer ist bei dir ja keine ahnung ich spring jetzt runter damit ich hier weg komme ich muss mich erst mal da kommt wer gelaufen ich will doch hier einfach nur raus kann mich mal einer heilen bitte ich bin verwundet jetzt habe ich den ausgang wo bist du denn nee haki hilft mir schon ja ich bin vielleicht auch verwundet aber das ist ja egal ja das stört mich nein ich bin jetzt drin bist du draußen ich weiß wie ich da hinkomme ja ich bin draußen jetzt ja warte ich komme da muss ich hier irgendwo lang laufen ja irgendwo das hatte ich auch muss ich da irgendwo lang und zack war ich oben das hier ist eine treppe nach oben ja sag ich die bude ist das reinste labyrinth ne ja ich kann nicht rauskommen ich weiß nicht wo ich bin ja schön dann gehe ich wieder rein also ich weiß wo ich bin aber ich weiß nicht wie ich zu dir komme ich versuche es mal mit kriechen vielleicht sieht er ja meine aura wenn ich laufe hier ist auch nirgendwo irgendwie eine kiste die ist gar nichts ich habe nicht mal mehr verbandszeug wo liegt wer ja 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 ich finde hier kein gen ich habe mich hier ich bin draußen hier komm mal her wer ist das gelber wozu aufgang nein du kriegst da ich krieche jetzt nimmt er mich ja ja ist kein problem kein problem ich bin in der nähe oh hier ist sackgasse ich würde dir helfen ich bin todleuchtig ey ja ich würde dir helfen aber ich weiß nicht genau wie ich hier wegkomme ja das ist so ein kackhaus sackgasse ich habe doch die taschenlampe ich hätte ihn doch blenden können war du blender wenn da naja wenn man nervös ist denkt man daran nicht so hier geht's raus okay ich hänge jetzt nummer eins ab und dann komme ich zu dir das bin ich hier bin ich bin ich bin noch hier geblieben das ist aber ein kleiner schick kommt nicht hoch oder was hier ist so doof ich bin doch hier lass mich mal auf die andere seite ich will ich ein bisschen hinter jetzt macht doch mal der rabe kommt schon daher weil wenn wenn der jetzt um die ecke kommt krieg ich kein hit weißt du ja nicht jetzt noch der war da eben er ist unten jetzt hier war eben oben an der treppe mensch er ist unten hat die alte da gerade flachgelegt so ein schlawiner die hängt denn jetzt das zweite mal so er kommt jetzt nach oben nein nein er kommt wieder nach unten man jetzt was denn du er geht hoch nein ja erst oben kann sein dass er mich verarscht hat wenn du mich jetzt schon wieder verarscht nein jetzt hoch und da hoch und ich weiß doch auch nicht was er da macht und tschüss hast du eine palette umgeschmissen nein habe ich nicht das kriege ich nicht hin ich wollte ihn leuchten in die augen wo ist er da wo ist er denn jetzt war da ich krieg das mit der taschenlampe und du hast mich schon wieder verarscht ich hab dich überhaupt nicht verarscht ja er war oben hochgelaufen gleich wieder runter und dann kam er wieder hoch und runter schade dass du jetzt nicht gestorben bist sicher bin ich nicht gestorben ja sicher die nächste runde habe ich sogar ich werde doch auch sterben wir haben erst ein gen geschafft jetzt hör auf zu heulen das riecht ja hier wie im pazifik voller salzwasser oh guck mal neues medikit ja ihr hängt alle drei zusammen da kommt er gleich mir doch egal ich bin safe ich habe einen vor und einen hinter mir ja du läufst ja auch immer mit absicht dann zu den anderen damit er die anderen nimmt äh hier laufe ich nirgendwo mit absicht hin weil ich mich hier in einer tour verlaufe deine worte haben mich so tief getroffen ja dass mein gehirn kurzzeitig ausgesetzt ist ist ja nicht viel da drin also ja deswegen ist auch nicht unbedingt auf ist nichts kein kein unterschied zu sonst ja deswegen ist das auch so schnell passiert dass das ausgesetzt ist wie siehst du denn denn so schnell war doch oben auf der treppe hat man noch gesehen wieder runter geschlichen ist der schleiche ich bin im park oh hier ist ein gem cool hier war ich noch nie was ist denn das für ein dick das ist ja ein mega kleiner skillcheck hast du das gesehen und ich bin im kreis gelaufen das ist natürlich sehr praktisch jetzt ich weiß nicht ob wenn er leute aufhängt ob er die aura sieht es tut aber den kann ich nicht mir helfen ihr seid nur noch zu zweit ja also bin ich am arsch wo ist denn die andere warte mal ich guck mal wo die andere ist sie ist aha ich weiß nicht ob das oben oder mitte ist oder unten die ist oben mittig links unterhalb gesehen jetzt noch höher geht die richtig hoch die rastet die rastet voll aus denn ist hier in der großen halle ja der killer ist hinter ihr das ist gut wenn sie stirbt kann ich die luke suchen sie weg weil er kommt also vier djent schaffen wir im leben nicht er hat sie ja ja die ente oder wie die heißt ja die hätte sich freiwilligen können jetzt muss ich ja die luke suchen einer wo finde ich denn die hier irgendwo unten wahrscheinlich nur musste höher horchen das ist mir schon klar dass ich das ist mir schon klar dass ich heuschen muss ich höre sie meine wenigkeit ist entkommen was hast du so getrieben ja ich bin vorhin auch entkommen aber du hast die runde so schlauerweise nicht aufgenommen ach komm es gibt keine beweise ich will jetzt mal die punkte sehen wer ist denn ganz oben meine wenigkeit meine wenigkeit mit 11.000 punkten vorsprung ist aber krass ach gewöhn dich nicht dran das ist mal eine ausnahme sonst verkackst du ja ach komm hör doch auf hör doch auf das war gut so das war eine weitere runde dead by daylight ich hoffe sie hat euch gefallen und ihr seid das nächste mal wieder mit dabei bis dahin macht's gut ciao ja 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 ja